Guten Abend, ich bin Frauke Ludowig. Bei Deutschland denken viele Erwachsene in Israel noch immer an die Nazi-Zeit. Ihre Kinder denken an Tokio Hotel. An diesem Wochenende traten die vier Magdeburger zum ersten Mal in Tel Aviv auf. Und 2500 Teenager-Mädchen schrien sich in Ekstase. Kim Linnah berichtet. Und darüber scheint Bill Kaulitz selbst ein wenig überrascht zu sein. Tokio Hotel geben ihr erstes Konzert in Tel Aviv. Auf Wunsch der Fans. Für uns war das sehr, sehr überraschend, dass es überhaupt Fans in Israel gibt. Dass die sich wünschen, dass wir rüberkommen und so weiter. Dass sie sich alle zusammenschließen und das unbedingt möchten. Über 5000 Fans hatten eine Petition unterschrieben, um die Band ins Heilige Land zu holen. Die israelische Botschaft lud die vier Jungs daraufhin ein. Zur offenkundigen Freude der Fans. Ich hatte eher gedacht, dass es so ein bisschen ruhiger ist. Ich dachte schon, okay, hier gibt es bestimmt so ein paar Fans und so. Und die freuen sich schon auch, dass wir kommen. Aber dass sie jetzt so wahnsinnig ausrasten und sich so freuen und irgendwie die ganze Nacht vorm Fenster stehen und da singen und so. Und irgendwie auch hier vor der Halle schon so lange stehen und so. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es macht Gänsehaut zu hören, wie der ganze Saal mitsingt, auf Deutsch wohlgemerkt. Heute ist es scheißegal, was euch passiert ist, ruft Bill zu Beginn in die Menge. Man muss wohl 18 Jahre alt sein, um so mit Judenverfolgung und Nazizeit umgehen zu können. Es wird klar, das hier ist eine neue Generation, vor und auf der Bühne. Dass sie Deutsch gesungen haben und dass sie echt da standen und diesen ganzen deutschen Text konnten. Ich glaube, das zeigt einfach nur, dass es bei Musik wirklich um Emotionen geht und nicht um irgendwas anderes. Also da sind überhaupt keine Vorurteile oder irgendwas, sondern das ist, glaube ich, total unbelastet. Vor der Abreise ging die Band noch sichtlich beeindruckt auf Sightseeing-Tour. Die Reise nach Israel war unvergesslich, sagt Bill. Und wer hätte gedacht, dass es Tokio Hotel sein würden, die der Jugend in Israel ein neues Bild von Deutschland geben würden. Dankeschön!